Hallo, ich bin Chris Grossmann, CEO und Mitgründer von Beekeeper. Ich sage heute Hallo aus unserem neuen Büro in Zürich. Zum Ende des Jahres 2021 möchte ich mich bei einigen sehr wichtigen Menschen bedanken. Zuerst danke an unsere Kunden. Ihr inspiriert mich Tag für Tag und seid der Grund, wieso ich meinen Job lebe. Danke an die weltweit 2,7 Milliarden Frontline-Mitarbeiter. Eure Entschlossenheit, eures Engagement motiviert uns, Beekeeper jeden Tag zu verbessern. Rückblickend auf das Jahr bin ich auch sehr froh, dass wir unseren Kunden helfen konnten, mit weniger mehr zu leisten. Vor allem in diesen Zeiten von neuen Herausforderungen wie dem Fachrechtemacher. Ich war beeindruckt zu sehen, wie Swiss Chrono mit Beekeeper eine barrierenfreie Kommunikation und Kollaboration für tausende von Frontline-Mitarbeiter sicherstellen konnten. Oder wie das Freiburger Spital das Gesundheitspersonal in diesen schwierigen Zeiten unterstützen und stärken konnten. Und wie der Lebensmittelproduzent Tönnies die Corona-Krise mit Beekeeper meistern konnten. Euer Ideenreichtum, eure Agilität in Ansicht von Herausforderungen inspiriert mich immer wieder. Es ist unglaublich zu sehen, was wir erreichen können, wenn wir gemeinsam arbeiten. Darum freut es mich heute besonders viel, dass wir wieder dieses Jahr 20.000 US-Dollar spenden für wohltätige Projekte, die ans Herzen von unseren Kunden liegen. Im Namen von uns hier allen bei Beekeeper bedanke ich mich für alles, was ihr geleistet habt. Wir wünschen euch ganz herzlich ein frohes und gesundes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal.